Heute ist mal wieder ein Movie von mir, und zwar mein nächtliches Informations-Movie, was habe ich so alles gemacht heute. Wenn euch meine Movies gefallen, gerne abunterlassen. Ansonsten, da mal oben, kommentieren. Und dann wünsche ich euch viel Spaß. Also, die Nacht war nicht so unbedingt schickimicki, ich weiß nicht warum, ich bin drei, viermal munter geworden, ich konnte ewig nicht einschlafen, und ja, heute früh ganz normal, halb sieben munter geworden, Otto fertig gemacht, und ja, in die Schule gebracht. Danach habe ich mich an den Computer gesetzt, und ich habe da immer mal Probleme, gerade mit Twitch und Streamlabs, und ich komme da manchmal nicht zurecht. Ich hoffe, ich habe es hingekriegt, es hat wieder mal vier oder fünf Stunden gedauert, aber es ist nicht so schlimm, weil es natürlich sehr schön ist, dadurch bin ich sehr abgelenkt. Ansonsten, ja, habe ich mir eine Homepage besorgt. Da weiß ich gar nicht, was ich machen soll, da stehe ich da wie eine Heine. Da muss ich mal gucken, da muss ich mich nochmal richtig beschäftigen. Ansonsten, ja, wollte ich heute noch mal ein schönes Dankeschön sagen, an alle, die an mich gedacht haben, mit der Uhr. Das ist so, sie ist schon auf dem Weg, alles ist hier. Und ja, wir werden jetzt, Otto hat gerade gegessen. Und der Schulall ist in Ordnung. Das Einzige halt, wo der Lehrer sich beschwert hat, dass wenn Otto spielt, dass er da immer mal ein bisschen zu laut ist. Und ja, in raudihaftem Verhalten, ja, das ist im Prinzip, was soll ich sagen, wenn wir spielen, wir raufen uns und zoffen uns. Da fliegt ja schon mal die Bettdecke weg, da kracht schon mal das Bett zusammen. Das ist noch nicht passiert, aber es fehlt aber nicht viel. In dem Gefolge ist natürlich schwer für ihn. Es ist so, er ist dann daran zu gewöhnen, dass er das in der Schule nicht machen darf. Ja, wir werden heute noch mal mit ihm reden und machen. Ansonsten ist er in der Schule sehr gut. Keine Probleme. Und ich würde sagen, wir haben noch einen Werbenblock rein. Und dann werden wir mal gucken, was wir machen. Ich laufe ja eh nicht so viel, wegen Fasten. Ich stehe jetzt mal als Lassenkippe mit Otto. Und deswegen machen wir schön ruhig, schön gemütlich, schön easy und ja nicht zu schnell. Also, bis gleich. So, jetzt sind wir wieder. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Also, was müssen wir machen noch? Schulaufgaben. Ja. Ein Gokwein müssen wir noch machen. Ja. Aber das haben wir gestern schon gemacht. Das war toll, ne? Und der Lehrer hat sich gefreut heute. Ja. So, also Schulaufgaben noch machen. Ansonsten muss ich das Movie noch hochladen. Ihr kriegt das Tau frisch. Es ist 17.43 Uhr. Ansonsten, ja mir geht es nicht so gut. Was ist Papa passiert? In der rote Kack. Das kannst du dir auch netter sagen. Spiel ruhig weiter. Also, wie gesagt, ich faste ja gerade. Bei mir kommt nur Dampf hinten raus. Aber vorhin war Festes, kann man nicht sagen, aber so ähnlich mit dabei. Auf der Lettage ist es nicht mehr geschafft. Seitdem rumpelt es ein bisschen im Magen. Aber sonst habe ich null Probleme. Ja, was haben wir heute Nachmittag? Ich habe bis eben YouTube gemacht. Dann haben wir ja noch Aufnahmen draußen gemacht. Habe ich noch ein paar lustige Videos hochgeladen. Ansonsten, ja, ansonsten freut euch auf morgen. Morgen gibt es wieder mal, war ich am Fluss unterwegs. Mit Unfall oder fast Unfall. Also, wie gesagt, ich habe es ja gerade fertig gemacht, hochgeladen. Und es ist sehr, sehr interessant. Man sieht wieder viele Sachen. Wir wollten zu den Fischern, aber das hat nicht geklappt. Aber supi, also in dem Sinne, was wollen wir sagen jetzt hier? Wollen wir abmoderieren? Ja! 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 In dem Sinne würde ich sagen, bleibt mir ja, 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 alle gesund. Bleibt mir alle treu, guckt zahlreich und... Alle glücklich! Ich wollte gerade sagen, du kriegst noch viereckische Augen her. Es ist ja der Wahnsinn. Also, werdet alle glücklich! Tja, Abo dalassen. Einen Daumen nach oben. Ihr wisst, wie es geht. Ansonsten, tja, sehen wir uns die Tage. Euer Tattooin. Bye, bye! Tja, Abo dalassen. 5 Silvania Sdelai. 2 3 4 5 6 5 5 6 6 10 12 Vielen Dank.